Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir noch mal Zucker Stars aufmachen. Ich habe hier die zwei Päckchen noch liegen. Ich habe hier auch noch nicht alle Spieler zusammen, obwohl ich mich ja nicht für Fußball interessiere. Bis hier sammle ich diese kleinen Figürchen, weil ich finde die stark mit diesen überdimensional großen Köpfen. Und wie gesagt, bis jetzt bekomme ich die ja noch. Wie lange, weiß ich nicht. Solange ich sie bekomme, werde ich mir natürlich immer noch Köpfen kaufen, weil mir fehlen ja noch welche. Wir wollen mal gucken, wen wir hier haben. Götze. Das ist zum Beispiel einer. Der fehlt mir noch. Das weiß ich. Das ist schon mal einer. von denen, die ich gebrauchen kann. So, machen wir das Figürchen Nr. 2 auf. Das hört sich an wie Weihnachten. Adventskalender, das Figürchen. So, jetzt wollen wir gucken. Wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Wir machen es ganz einfach so. Und wir haben Neumarre Junior. Das ist, sollte ich meinen, auch eine Figur, die ich noch nicht habe. So, und wer meine Videos hier jetzt mittlerweile schon gut kennt, der müsste wissen, was jetzt kommt. Richtig. Die kommen jetzt noch mal auf dem Drehteller in der nahen Sicht. Also bleibt dran. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt es dann auch gerne teilen. Auf Facebook, auf Google, auf Twitter, wo immer ihr wollt. Und ich sage dann jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017